So, jetzt waren wir vier. Johannes Römer aus Umburg von Simen-Malewski aus Salz-Beele. Er ist halt nicht bereit. Leon Haube vom AC Kauber von Kärin-Alkanov aus Stendern. S-Beele. Das sind natürlich vier Tage. Du hast den letzten Tag gegeben, Argel. Dicke? Eins? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.